Ich sage nur, ade, ade. Ade, ade. Es ist der Übersong des Albums, was es geht. Seit 2014 als das erste Album kam, haben wir mit Kunz durchgeschafft. Wir haben so viele Alben gemacht und so viele Konzerte gespielt. Es ist so eine intensive, aber auch eine unglaubliche ... ... eine grossartige Zeit gesehen, bis jetzt immer noch. Und trotzdem ist der Wunsch gekommen, dass man mal ein bisschen Auszeit nimmt. Einfach, um das Ganze noch Ruhe zu lassen und eine neue Perspektive zu finden und nachher schauen, was in dieser Welt ist. Und darum sage ich ade. Ich sage ade für eine Zeit. Ich gehe selber auf die grosse Reise. Und dieser Song beschreibt eigentlich das ganze Prozedere. Rucksack packen, fortgehen, fremde Häfen ansteuern. Aber es heißt so im Text, ade, ade. Wir werden uns bald wieder sehen. Ich komme natürlich wieder zurück. Aber wichtig ist es mal zu sagen. Zu gehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Wir wollen noch sagen noch mal. Ade, ade. Wir werden uns bald wieder sehen. Die Welt war doch so mehr. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich gehe aber relativ Pillen. Ich bin eh nicht aktiv schwierig,